Ich bin Louise, Ihre Sekretärin. Schön, Sie kennenzulernen. David ist freundlich und fürsorglich. Ich arbeite für Ihren Mann. Sie arbeiten mit David, kleine Welle. Sie sind beide glücklicher mit mir, als wenn Sie zusammen sind. Du strahlst. Was ist mit deiner Frau? Passiert es schon wieder, David. Du musst lernen, deine Träume zu kontrollieren, Louise. Wir beide sind etwas Besonderes. Ich sehe Dinge. Ich sehe, wie viel Angst sie vor dir hat. Ich bin wach, wach. David ist nicht der Mann, für den du ihn hältst.